Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TechTown und ich habe hier schon ein bisschen vorgearbeitet Hi Und jetzt machen wir hier so eine LED unterm Sofa LED unterm Sofa? LED unterm Bett Ja ich habe so verrückte Ideen weißt du? LED unterm Sofa, wäre schon cool Oh ja die wollen mich ja angreifen Nette Leute hier Ja ja nette Leute da Oh da fällt einer in die Lava Nette Leute da, fallen ab und zu mal in die Lava Oh ja, oh ja Ich mache hier ein Glasdach hin Mach das doch einfach Zack Kann man sich hier verlaufen? Du stimmt Hallo, Ruhe da Ne ich nicht, ich habe ein Gedächtnis wie Du weißt dass du dafür Köpfe aneinander hast oder? Was für Köpfe muss ich finden? Die schwarzen Anders weiß ich doch Ich wollte es dir ja nur mal sagen, ja Die schwarzen, du bist ja rassistisch alter Ja, die schwarzen musst du finden, töten und so weiter Hm Das habe ich schon mitgekriegt Gut Dass du die schwarzen finden und töten willst Ja, immer Das ist so ein, so ein, so ein Ding von mir So ein Komplex, ne? Mein Ding Dein Ding Ist riesig, ja Ne, das glaube ich dir irgendwie nicht Irgendwie glaubt mir das nie wer, wenn ich das sage, aber ich meine so Schwarze jagen Wollen die mich jetzt immer noch angreifen? Was zur Hölle? Hier ist ja ein Tintenfisch Hier ist ja ein Tintenfisch, ein Tintenfisch Papistig Warum explodieren die? Wer? Fledermäuse Ja, Feuerfledermäuse halt, ne? Warum explodieren die denn? Ja, weil die cool sind Die finde ich aber gar nicht cool Die finden sich selbst geil Ach so Ich bin keine schwarzen Töh Teeh Teeh Ja, die ich Die ich auch noch töten kann Nein, ich finde keine Wither meine ich Ich mache hier gerade Ich weiß gar nicht, ob das zu viel ist Es ist bestimmt zu viel Aber ich kann es ja auch noch verkürzen Ein cooles Ding mache ich hier gerade Nein, machst du eh nicht Doch, mache ich Nein, du machst eh irgendeine Scheiße Was explodiert denn dann dauernd bei mir? Ja, kannst einfach nicht Du bist du das? Nein Ich baue hier unten in meinem Keller Das sagen sie alle Ich sollte mir mal einen Wegpunkt machen Bist du, das bist du hundertprozentig Komm halt runter in meinen Keller Da siehst du mich Ich will nicht in den Keller, Alter Ich habe schon erwähnt, dass ich diese Feuerfledermäuse hasse Ja, teilweise Dich, Alter Ich mag ihn nicht Geh weg Boah, jetzt kommt überall Wasser runter, ne Wo kommt Wasser runter? Ja, überall L M M N Komma Wie mache ich mir einen Wegpunkt nochmal? A C Ja, genau Portal Mit Okay Kommst du glaube ich auch ins Menü Ja Oh ja Tatsächlich Schön, dass ich das während des Fluges ausprobiert habe So Jetzt fließt hier überall Wasser rein, weil es es kann Glaub ich werde sterben Na Quatsch Oh, darf nicht Hättest du meine Full-Quantum-Rüstung an, dann könntest du gar nicht mehr sterben Habe ich Nee Irrelevant Ist das ein Schwarzer? Ich bin Philip und ich brauch sowas nicht Ah Ich bin Philip Was explodiert? Ernsthaft? Das ist nicht mehr witzig Ich bin's auf jeden Fall nicht Das kannst du ja auch in der Aufnahme sehen Komm Ich mach jetzt hier die Decke zu Oh, Gott sei Dank, da haben wir das schon mal fertig So, jetzt muss hier natürlich auch der Boden noch ausgetauscht werden Ich weiß gar nicht was ich den Boden mache Ich glaub ich mach den wieder aus Stone Slips Ja, ich mach den aus Stone Slips Dafür brauchen wir aber erstmal wieder ein bisschen normalen Cobblestone auch noch Ah, noch mehr Ah, noch mehr Ich soll da schmelzen hier Schmelzen? Ja, ich muss wieder Cobblestone zu Stone schmelzen Warum droppen die denn kein Ding, Salter? Da muss ich auch noch Oh, da muss ich äh Ich muss hier noch Ich hab vor hier überall solche Ja, Zuleitungen quasi zu installieren Damit ich ja überall Items anfordern kann Kann man ja nicht hinter? Kann man ja Ähm, damit ich Damit man immer die Items überall requesten kann Quasi Und ja, dann Kannst du die Items automatisch in den Ofen rein requesten Quasi So Das wäre ganz geil noch, find ich Klingt nett Ja Soll ich das sowas auch installieren Hallo Nett Nö Nein Nö 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 Aber ganz sicher 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 Wetter Käse Was? Ja Erdbeerkäse Weißer Käse Erdbeerkäse Weißer... Hallo? Rätst du dich auf? Hallo Erdbeck? Nicht Dann eben nicht Dann nicht So Hier oben müssen ja eigentlich auch überall Stone Slaps sind Sonst sieht das ja auch scheiße aus Ganz vergessen Oh Gott Das muss alles noch ausgetauscht werden hier Weißte was? Was? Das ist eine Kackarbeit Das freut mich zu hören Ich weiß Was? Ups Leider What? Keine Ahnung Aber sonst alles klar so Ein bisschen Läuft bei dir Ein bisschen Läuft bei dir Ich bauche... Über Erde hier Und 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 Zaubereien müssen wir auch noch machen Oh mein Gott das sind welche Alle sind in Staffel 2 Leute Alle sind in Staffel 2 Leute Das schaffen wir alles nicht mehr Weil wir sind alle so So am Bauen und Wie ist das? Aber man kommt irgendwie auch nicht so richtig vorwärts Weil wenn man so einen kompetenten Mitspieler hat Ist das auch so? Wenn man so einen Mitspieler wie dich hat Dann kommt man auch nicht weiter Leckt mich Du bist ja der Der dauernd rumfällt Und alles Ach genau Wo fail ich denn rum? Ist das eine ernst gemeinte Frage oder? Ja eigentlich schon Naja so hier und da Da Die Berge auch Quatsch So hier und da Kann man da schon mal Was einwenden So... Hier ist ein Tintenfisch gestorben Tragischer Abgang Ich werde ihn vermissen Ich werde ihn vermissen Du Heuchler Heuchler Was? Warum Heuchler? Du wirst ihn nicht vermissen Doch Werde ich Nein Vom ganzen Herzen Du hast alle Tintenfische auf dieser Welt Ja Du bist ein Tintenfischhasser Warum droppen die nur K... Kohle Mann Das... Oder 3 Oder 10 Oder 100 Ich weiß nicht mehr ganz genau Gedächtnis lässt er auch noch Aber jetzt greifen die Pigments mich an Aber warum? Nein Weil ich sie angesprochen habe Warum? Weil die sowieso schon sauer auf mich waren Tja Du schaffst es halt immer wieder Das war noch von dir Ja Ja Immer Immer ich Das war wirklich noch von dir Ja Das war wirklich noch von dir Ja 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 Oh die Slimes halten aber viel aus Pfff Leck mir die Eier Zack So Äh hier hinten muss dann selbstverständlich auch noch Aber ich muss mir jetzt erstmal eine Stelle suchen Für den Assembly Table Ist das überhaupt... Ich habe es unsymmetrisch gebaut Ja will ich auch hoffen Ich habe es unsymmetrisch gebaut Es war irgendwie so klar Kopf, 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 Kopf Nein Okay Es macht irgendwie keinen Spaß die Dinger zu suchen Aber es muss ja sein Es... es muss sein Ich überlege mir grad wie ich das hier mache Alter Wie macht man einen unsymmetrischen Raum symmetrisch? Äh Einfach irgendwas dazu bauen Ja Nee Doch So funktioniert das Ja nee Alter Ja nee Doch doch Dann machen wir es unsymmetrisch Dann machen wir es unsymmetrisch Dann machen wir es unsymmetrisch Ist mir auch egal YOLO Max ist doch gerne unsymmetrisch Eigentlich ja nicht so Doch 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 Du magst es unsymmetrisch Eigentlich stehe ich auch voll auf Symmetrie Du weißt dass es unsymmetrisch mag Sack Sprichst du aus Erfahrung Oder wie jetzt? Keine Ahnung Tja Wither Kommt mal her Aua Oh jetzt kommt Kommt der noch ein Skelett rein Weißt du Nö Weiß ich nicht Weißt du ey Wie ich voll scheiße von dem Jetzt kommt der hier einfach rein Nein Die sind gespawnt Wasser Wasser ne Wasser Im Ernst Leck nicht Besser als Lava Nee Wasser ist einfach schlimm Ja 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 Nein Baby Weißt du was ich habe Ice Ice Baby Das war so ein Freundruf Aha Ja Ich könnte wei Wie lange haben wir In der nächsten Folge wird's Explodieren In der nächsten Folge wird so Hast du gehört? In der nächsten Folge wird was explodieren Wird's Hilfst du mir dabei? Seh ich so aus? Den leih mir wenigstens deine Rüstung kurz Wieso wird was explodieren? Was hast du vor alter? Ich will den Wither beschwören Hast du jetzt drei Köppe oder nicht? Ja Köppe Also hilfst du mir doch Ich muss hier erstmal gucken Ja Ich muss hier erstmal alles analysieren Dann gib mir wenigstens deine Rüstung alter Ich muss hier erstmal alles analysieren Gib mir deine Rüstung bitte Irgendwie leckt mein Ticket jetzt Jetzt nicht mehr Gib mir deine Rüstung bitte Und ob Obsidian Du 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 Warum singst du hier Weihnachtslieder alter? Das ist voll onco Nein das ist voll stylish alter Haben wir doch eh erst ein paar äh Jahren Wollte ich grad sagen Ein paar Monaten Ein paar Jahren In zwei Monaten haben wir es doch eh fast Eineinhalb Jetzt haben wir 17 Laser Alter das ist voll Laser So jetzt geh ich runter Da ist Irgendwo im Boot Ach ne da hinten Ne ne ist alles gut Alles cool ja Vielleicht 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 auch nicht Vielleicht auch nicht Wither Wo wollen wir ihn denn bekämpfen? Im Neta am besten Da kann er nicht so viel kaputt machen Ja aber da fliegt er dann über Lava Und der Stern geht dann in die Lava rein Ah das ist natürlich auch doof Genau das hab ich mir auch gedacht Jetzt kommen wir ihn irgendwo in der Pampa Obwohl wir ihn in den zwei Sekunden down haben Aber okay Nein eh nicht Er wird komplett ausrasten Kann er ja Okay machst du folgen Ende Denn dann können wir gleich Ein bisschen kennen Gleich ich will nur noch ein Laser herstellen ja Ein Laser nur noch Ich will kämpfen Ich will kämpfen Einfahnd das ist voll Laser Alter Warte Diamant Eins zwei Ich hab's ja gleich 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 So ein Laser noch Na ich müsste ihn sowieso unddeutisch verbinden Sooo Dann sind die zwei Laser hier Ich hätte gern noch einen oben Aber oben können wir ja Mh Naja wir könnten Naja wir gucken mal Dann sehen wir uns in der nächsten Folge erstmal wieder Und dann würde ich sagen so ähm Bis zum nächsten Mal Haut rein macht's gut auf Wiedersehen Ciao Yo tschüss 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 les